Den Kinder kannst du auch... Nee, jetzt will ich auch nicht mehr meinen, jetzt ist das Recording wieder da. Kannst du auch bellen oder was weiß ich? Ich kann doch alles nicht. Kannst du den Max machen? Den Willen, Max. Brüllen, Stückchen, Max. Brüllen, Stückchen. Hey, warte, warte, warte. Ich renne, ich renne. Ja, da ist es ja. Danke. Ey, Lexins sind 60.000 schon. Schaffen wir noch. Ja, das schaffen wir noch. Mach erst App-Leap, dann sehe ich ja, dass ich ein Android meinte. Ja, ja, dann haben wir es hinter uns. Ja, aber Killer... Kicker, hast du wenigstens dir schon eine Überschrift überlegt? Das YouTube-Video... Die Dully-Made-Schossen oder sowas? Mach erst App-Leap, dann sehe ich ja, dass du es ernst meinst. Ja, hallo, ist es egal, wie alt man ist, weißt du was? Ich kenne mehrere ältere Leute, die manchmal Leute im TSV erschenen oder so. Ich weiß ja nicht, vielleicht kenne ich dich ja irgendwie. Und habe mal irgendwann... Jetzt wird es mich richtig mies ärger. Ich kenne so ein Spielchen überall. Und Tony würde das auch mit mir machen. Wenn er mit dem aus dem Klang geht, macht er das auch so. Dann sagt er, los, bell, du scheiß Köter, bell! Aber ich habe richtig oft nicht zu tun, dass ich zurückkomme. Okay, hast recht. Wieso möchtest du das dann aufgenommen haben? Möchtest du mal ein kräftiges Mu mit meiner Stimme? Stimmt. Ich kenne das dann nicht ganz, wieso die das auch noch mal mit. Ey, Lisa, willst du mal eine Geschichte hören? Ach so, voll. So ein bescheuertes Schüler aus meiner Klasse. Ah ja, erzählt. Das ist echt geil. Okay, ähm... Nee, das ist wirklich jetzt. Ja, auch. Egal. Ein Schüler ist gestern zur Schule gekommen und hat eine Verletzung an der Hand. Wir haben alle gefragt, was denn da passiert, ja. Dann meinte er, er hat sich gestern zugesoffen und mit so einem Kumpel hat er sich eineinhalb Minuten Deo auf die Hand gesprüht, ja. Und nicht nur auf einen Punkt, sondern die ganze Hand. Und die ist dabei eingefroren. Im Suff haben die es gar nicht gemerkt. Eingefroren, ja. Und am nächsten Tag ist das ganze Fleischgewebe tot, Nervenenden sind tot, hat keinen Schmerz gefühlt. Da kamen Blasen raus, ey, das musst du dir vorstellen, ey. So krank sind die. Ich spürte da eineinhalb Minuten Deo auf die Hand. Das Fleisch war braun mit einer roten Umrandung am Anfang. Und dann in der Schulzeit kamen da auf einmal so Wasserblasen raus, richtig eklig. Und ja, das ist halt totfleisch, das sieht aus wie so ein gebratenes Fleischstück, ey, wo man so reinschneidet. Brauchen wir das. Naja, und dann ist er zum Arzt gegangen. Wahrscheinlich wird da jetzt das entweder amputiert oder wird das ganze Fleischstück rausgenommen und fast vom Arsch abgeschnitten und drangenäht. Ah ja, und dann, wo ich es gemacht habe mit dem Deo, da haben sie gemerkt, es war alle zugefroren, ja, haben sie ein Feuerzeug rangehalten, damit es auftaucht, ey, voll bescheuert. Aber zum Beispiel, du verarschst dich doch, ey, das kann nicht der Schlauste sein aus deiner weiterbildenden Schule da. Ja, und dann ist er wirklich der klügste Kopf in der Klasse, ey, und der macht so einen Scheiß. Naja, was willst du machen? Seine Schuld, ey. Ich habe die ganze Hand zugefroren, ey, bescheuert. Naja, in italienischen Tests haben wir uns lieber totgelacht, glaubst nicht, eine Stunde lang. Ich glaube, ich würde übergeben, aber einfach nur was zuhören, halt, dann fangen wir wieder an zu lachen. Was? Was musst du sagen? Irrgend'n scheiß über die Hand, dann fangen wir wieder an zu lachen, ey. Nur willst du die Frage... Also irgendwie die kaputte Hand oder so einen Scheiß. Nein. Kannst du Lisa sagen, Lisa, wo ich fahre el amore komme? Mehr nicht. Mehr geht's nicht. Sagt, sag nochmal was, soll ich echt machen? Eigentlich ist mir egal, oder? Aber ich kann, kann ich nicht machen. Mach, mach was du willst. Wie geht ein schönes Smooth, das muss schön aus der Brust rauskommen, ne? Geh, geh, geh zu YouTube. Ja. Gib ein, äh, Q-Moon und... Dann hörst du es dir einmal an und dann weißt Bescheid, wie sich das anhört. Dann kannst du es genau mithören. Das ist ganz einfach. Menschliches Q-Moon. Und dann mach ich, ähm, Serumix an und dann spüle ich es ab. Hahaha. Ja, und jetzt hast du es verlasen. Wie geht das? Wenn da musst du so richtig so gehen, oder? Oder so. Oder wie? Nein, du kannst es nicht, ey. Ah, tut mir leid. Das macht man anders, aber ich würde es jetzt nicht machen. Ich kann keinen Mut, tut mir leid. Er kann keinen Mut. Er kann es noch weniger. Außerdem hast du gesagt, ich soll es machen. Außerdem hast du gesagt, ich soll es machen. Deutschland sucht den... Ja. ...Tier nachahmen, oder was? Super Mut, oder was? Der Main kann ich noch weniger. Was könnte ich denn? Ich kann gar kein Tier nachahmen. Ich bin halt ein Mensch. Weil es geht so, ne? Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich jetzt kriege den, warte mal. Er feiert sich bestimmt tot da mit ihren ganzen Freundinnen. Ach nee, Alter, die lacht sich richtig kaputt. Gut, dass ich keine aktuellen Bilder oder so im Net von mir habe. Das ist das Wichtigste, dass ich keine aktuellen Bilder irgendwo von mir habe. Doch, ich habe aktuelles Bild, ESL. Oh, das würdest du lieber nicht sehen. Das ist kein aktuelles. Ach, von dir. Ach, von mir. Ja, das würdest du, glaube ich, nicht sehen. Von mir gibt es kein einziges. Weißt du was? Mein einziges aktuelles Bild, was, also, ne, ich habe nicht mal ein aktuelles Bild. Mein letztes aktuelles Bild ist schon zwei Jahre oder ein Jahr alt. Ah, okay, ich mache jetzt mal. So oder wie? Du bist krank, ey. Ey, Mann. Dann Toni, sei froh, dass du mich in Wirklichkeit nicht kennst. Weißt du, weißt du was? Das schlimm ist, wenn mir langweilig wird. Wenn du eine Frau haben willst, würdest du sogar aus dem Fenster springen, glaube ich. Ich bin sogar aus dem 5. Stock mit Falscher. Nee, nee, nee. Alter, das ist voll die geile Idee, Mann. Das ist Adrenalin pur, Alter. Der fällt schon auf. Der liegt schon irgendwo, ne? Nein, nein. Okay. Mit dem Bandit sei, Alter. Geil, gib mir dann den Link, ja? Toni, ich habe endlich mal wieder ein Video. Geil, gib mir dann den Link.